Scheiße. Okay. Ja, also man muss wirklich extrem beeilen. Und die Steuerung, ich finde die Steuerung gut. Also gut. Das heißt gut. Ist okay. Aber es war nicht so, ne? Nicht so gut. An dieser Stelle gerade. Naja. Oh fuck. Oh fuck. Voll schwer. Voll. Wirklich? Gag. Oh nein. Nein! Wie komme ich hoch? Oh nein. Jetzt habe ich wieder geschissen. Oh nein. Ich habe schon wieder verloren. Oh oh. Oh oh. Noch elf Leben habe ich. Scheiße. Fuck. Ich habe noch einen Block. Jetzt habe ich ihn nicht benutzt. Nicht normal ey. Geiziger Mensch. Was macht der? Nein. Tschüss. Das wollte ich nicht. Oh fuck. Boah. Scheiße. Oh oh. Tod. Nein. Nein. Okay. Okay. Also jetzt schaffen wir es. Oh man. Man muss wirklich schnell sein. Fuck. Alter. Schnell. Schnell. gross. Schnell. Falte. Schnell. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit! Nein! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Stirb nicht. Geschafft, oder? Aber voll. Oh, endlich. Halleluja. Oh, fuck. Und das am Anfang? Was ist das? Oh, fuck. Oha. Mann. Voll nervig. Voll stressig. Oha. 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 Ey, gar nicht so einfach. Ja, fängt gut an, aber voll. Shit, Brunsel. Scheiß drauf. Hauptsache, wir kommen weiter. Das ist unser Ziel, nicht da irgendwie. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr morgen. Also, bitte. Er wartet nicht viel. Die große Flucht. Aber es ist schon schwer gewesen. Oha, und das Ganze am Anfang. Shit. Oi, oi, oi. Mal gucken. Tag 3, super. Freue ich mich. Aber die Grafik... Okay, das ist Anime, ne? Das ist normal. Aber es sieht gut aus, oder? Schon? Oh, was ist das? Oh, eine Frau. Also, eine Frau betrogen. Oh, Kathleen ist das. Wow. Oh, das ist ein Fressater. Oh, okay. Was ist das? Er stirbt. Was ist das? Was ist das? Du bist okay? Ja, danke. Du bist so nett. Ich bin... Entschuldigung. Ich muss morgen arbeiten. Ich muss nach Hause gehen. Ich habe Spaß heute Abend. Du bist so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Ich bin so nett. Aber ich bin so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Was ist das? Du bist so nett. Du bist so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Aber ich habe keine Bewegung. Sie hat mich auf mich gezwungen. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Entschuldigung. Ich will dir nicht die falsche Idee bekommen. Ich schlafe nicht nur so. Ich bin hierher, weil ich dich liebe. So, wie fühlst du über mich? Huh? Was? Entschuldigung! Ich bin wirklich... Du sagst, du musst arbeiten, richtig? Work? Ich glaube... Entschuldigung! Ich muss jetzt gehen! Ich habe ein... ...dentist. Dentist? Ja! Dentist wird Angst, wenn du lebst. Ich wollte dich mit dir ein bisschen länger. Ich glaube, sie werden warten bis zum nächsten Mal. Okay, wir sehen uns bald. Hey, warte! Klar, das Spiel... ...heißt ja auch... ...Kathrin. Und Leute, gefällt euch das Spiel? Schon cool, oder? Du sagst, jeder Mann hat drei Hotstreaks mit den Frauen in seinem Leben. Das ist dein dritte. Hotstreaks? Ja, aber wann die anderen zwei waren? Als wir Kinder waren, du warst die meisten mit den Frauen. Ich weiß nicht das. Die zweite Mal, du warst in der Zone, warst du dich mit Kathrin. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Wenn sie darüber nachdenken. Das war's. Oh, mein Mann. Sie wahrscheinlich wird mich töten. Das ist das, was du Angst hast. Als sie nicht herausfinden, bist du sicher. Ja? Das war's. Das war's. Ich bin nicht wie du. Ich kann das einfach nicht ignorieren. Na dann, warum nicht es aufstehen? Sollte dich nicht mehr von Frauen sprechen. Ja? All diese Sachen über Seule-Mates und Eternall ist blöde. Marier-Liefe verletzt, Mann. Du willst wirklich durch die gleiche blöde, wie ich habe. Ich bin nicht wie du. Ich will nicht schlafen. Ich will nur, dass das Leben immer wieder sein wird. Was werde ich machen? Ich habe nicht gedacht, dass das alles passieren. Wenn du wirst, wirst du es nicht getan haben. Du schlafen. Nein, keine Scheine. Ich wünsche, dass ich einfach nur leben kann, wie du. Nichts, dass du nichts kannst, du schlafen? Nichts, wie gut du bist für eine Frau, du wirst du dich aufstehen. Wenn du die neue Mädchen verletzt, geh ich auf. Sie ist schön, oder? Hast du eine Bildung von ihr? Schön. Nein, ich habe sie nicht. Sie ist nicht dein Typ. Komm schon, wie du das wissen? Weil sie mein Typ ist. Oh. Ich bin so schlafen. Hey, hast du gehört die Rune? Über die Dramatung, wo du schlafenst? Huh? Wer weiß. Komm schon, wenn du schlafenst und in der Dramatung bist, wirst du in der realen Leben sterben. Meine Freundin der Freundin fast schlafen. Ist das schrecklich? Huh? Wie wirst du wissen? Warst du seinen Dramatung? Hey, bist du okay, Mann? Ich bin so schlafen. Ich bin so schlafen. Ich bin so schlafen, was ich nicht so schlafen. Obviamente. Insofern, du bist so schlafenst über eine eine Nachtszeit. Hey, bist du aufzunehmen? Ich bin so schlafen. 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 Wenn du auf einmal auf den Weg bist, Du weißt, ich muss sagen, Ich muss sagen, wegen des dich, du bist, ich werde keine Chance zu drehen. Wenn ich ein Mädchen bin, ich würde hier jede Nacht mit dir. In der Grund, du verstehst die älteren Mädchen, nicht? Ja. Ich will eine Frau, die, ist, die, sie sind, und gute Knie. Oh man, I like that creepy guy in horror movies who tries too hard to be noticed. Shut up! I'm not like that! What's wrong with, you know, having some adult fun with someone older than I am? Hmm. So, did I hear someone call from you? Hey, Erika! I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use. Woah Erika. Okay, enough of that. So have you guys heard about the woman's wrath? They say it targets cheating men and kills them. Or not. Which is it? Wait, 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 what? What exactly is this woman's wrath? Oh, you don't need to worry about it. You only care about your girl, Vincent. Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know. Cheating is pathetic. I agree with Toby. Pathetic. Who are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts. May I... Huh? What? You're cheating. Were you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit. I think someone on Mars didn't quite hear you. Oh, that's low, Vincent. Lowest of the low. Don't call me that. Now you know. Just leave me alone. Well, well, come on, tell me about this girl. Oh, God. Apparently, she's destiny a little cute. Cut that shit out. Are you kidding? Finding your soulmate is awesome. I'm totally jealous. You jackasses better not mention this to anyone outside the bar. I am serious. Dude, we know the drill. Say, have you heard? It seems that Boss was a bit of a player back in the day and broke more than his share of hearts. You see how he's wearing those tacky sunglasses indoors? They say he's using those to hide his face. You're right. You're in trouble, right? Maybe you should invest in some shades. Ha, ha, ha. Shut up. Don't fool around. Okay. Viele Filmszenen, ne? Ja. Aber finde ich gut. Also, ist schon unterhaltsam. Ob man eine Anime-Serie anschaut. Okay. 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 If you press Start to open the menu, you can see hints on how to spend your time at the bar. You can change the difficulty of the nightmare stages from the config screen. Gut. Ähm. Ich kann trinken, Handy prüfen, sprechen. So, trinken wir mal. Uh, uh, uh. Aufs Knopf. Wenn du etwas trinkst, kannst du deinen trunken Herzgrad um das Dreifache steigern. Desto betrunkener Vincent ist, desto schneller wird er sich in seinem Albtraum bewegen. Nein. Oha. Okay. Okay. Uh. 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 To school. Shit. Wenn du das hast, hast du schon geschafft haben? Ich habe noch eine Bedeutung angst. Ich habe noch nie mit meiner Leben geriert. Das würde ich noch nicht mit dieser Beste ausgewöconhörten. Ich habe auch noch nicht mit ungefähr noch mit den Patienten Falten geschlüge.